Herzlich Willkommen zur 14. Episode des Tschüss-Basedo-Podcasts, Deinem Audio-Guide, der Dir eine ganzheitliche Betrachtung dieser Erkrankung bietet und Dich empowert, damit Du Deine Gesundheit in die eigene Hand nehmen kannst. In dieser Episode sprechen wir über ein ganz zentrales Thema, wenn es darum geht, dass Du Deinen Morbus Baseldo in den Griff bekommst und in die Remission führen kannst, nämlich die Darmgesundheit. Du erfährst, wie das Zusammenspiel zwischen Darm und Schilddrüse funktioniert, wodurch Dein Darm bei Morbus Baseldo geschädigt wird, warum ein gesunder Darm so essentiell wichtig ist, um Deinen Morbus Baseldo in den Griff zu bekommen und in die Remission zu führen. Wir sprechen über das Leaky Gut Syndrom und was es für Deine Schilddrüsengesundheit bedeutet. Du erfährst, was Dein Darmmikrobiom tut und wie Du es stärken kannst, welche Schritte Du gehen kannst, wenn Du merkst, dass Dein Darm Hilfe braucht, welche Nahrungsergänzungsmittel und Pflanzenstoffe Dich unterstützen können auf einem Weg zum gesunden Darm und vieles, vieles mehr. Ich bin Gerti Schöpel, Deine Mentorin und ich wünsche Dir nun viel Freude und gute Erkenntnisse. Ja, in dieser Episode geht es jetzt um die Darmgesundheit und ein gesunder Darm fördert ein stabiles Immunsystem und ist einfach ein ganz, ganz, ganz zentrales Thema, um Deinen Morbus Baseldo langfristig in den Griff zu bekommen. 70% Deines Immunsystems sitzen im Darm. Deine Stimmung, wie gut es Deiner Haut geht und sogar Autoimmunerkrankungen können von Deinem Darm beeinflusst werden. Viele chronische Erkrankungen entstehen unter anderem deshalb, weil die Auswirkungen von Stress die Verdauungsabläufe stören und die Darmschleimhaut zerstören und das Darmmikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen. Und Du weißt ja, Morbus Baseldo ist eine Stressfolgeerkrankung und deswegen müssen wir hier auch unbedingt auf die Darmgesundheit schauen, weil immer dann, wenn eine Stressfolgeerkrankung vorliegt, ist der Darm und das Verdauungssystem mit betroffen. Die Naturheilkunde bietet ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man der Darmschleimhaut helfen kann und wie man sie bei der Regeneration unterstützen kann. Denn sobald Dein Darm wieder gesund ist, kann auch oft in allen anderen Bereichen Deines Körpers Heilung einsetzen. Zuvor muss natürlich immer auch die Hauptursache für den kranken Darm abgestellt werden und das ist Stress. Mindestens genauso wichtig wie Deine Darmschleimhaut ist Deine Darmflora. Deine gesamte Darmoberfläche umfasst eine Fläche von 400 bis 500 Quadratmetern. Also wir reden hier von Fußballplatzgröße. Wenn man Deinen Darm komplett ausrollen und bügeln würde, dann hätten wir die Fläche eines ordentlichen Fußballplatzes. Auf dieser Oberfläche, also auf dieser gesamten Größe Deiner Darmwand sitzen unzählige Darmbakterien. Wenn man alle Zellen in Deinem Körper zusammenzählt, dann sind nur 10% davon wirklich Deine Zellen, also humane Zellen und 90% dagegen sind Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilze, darunter auch die Darmbakterien, die zusammen Deine Darmflora ergeben. Ein gesunder Darm ist hochkomplex und will gepflegt werden. Denn in Deinem Verdauungstrakt leben zwischen 300 und 500 Arten von Darmbakterien in Millionenhöhe. Und die meisten davon sind gute Bakterien und ganz wichtig für Deine Gesundheit. Ganz ehrlich, würde man all die Bakterien aus Deinem System entfernen, wärst Du sogar auf der Stelle tot. So essentiell wichtig sind diese kleinen Helferlein. Die wollen jedoch gut genährt werden, damit sie Deine Gesundheit aufrecht erhalten können. Und auch darüber möchte ich Dir in dieser Episode ganz viel erzählen. Denn sind die schlechten Darmbakterien in der Überzahl, kann das zu Energieverlust, zu Krankheiten und zu schlechter Laune führen. Dieses Ungleichgewicht im Darm kann Entzündungen in Deinem Körper verursachen, die erst nach Jahren sichtbar und spürbar werden. Du wirst ganz schleichend krank, zunächst ohne es zu merken. Zu den Aufgaben Deiner Darmflora zählen. Die Unterstützung der Verdauung von Deinen Lebensmitteln, die Du gegessen hast. Die Eigenherstellung von Vitaminen, also zum Beispiel Vitamin K und B-Vitamine, werden in Deiner Darmflora gebildet. Der Schutz Deiner Darmschleimhaut, Aufbau und Training Deines Immunsystems, die Entgiftung von schädlichen Stoffen, unter anderem auch den Östrogenabbau. Außerdem werden in Deinem Darm Hormone wie zum Beispiel T3, also das Schilddrüsenhormon, gebildet. Aber auch das Glückshormon Serotonin kommt durch Dein Darmmikrobiom zustande. Was Du tun und essen kannst, um Deinen Darm in einem gesunden Gleichgewicht zu halten, das klären wir gleich. Ich nehme Dich einmal mit rein, wie es in meiner Darmgeschichte mir so ergangen ist mit Morbus Basidu. Und zwar habe ich im Laufe der Jahre, in denen ich so auf meinen Basidu zugesteuert bin, ohne es zu wissen, gemerkt, dass irgendwie mein Bauch sensibler geworden ist. Also ich habe sehr viel schlechter Lebensmittel vertragen, die mir früher überhaupt gar keine Probleme bereitet haben. Es kam so nach und nach das Gefühl dazu, dass ich immer weniger Nahrungsmittel wirklich gut verdauen kann. Ich habe immer öfter unter einem dick aufgeblähten Bauch gelitten, wenn ich was gegessen habe. Ich hatte regelmäßig abends so ein Foodbaby, also so ein ganz dick aufgeblähten Bauch, sah aus wie im sechsten Monat schwanger. Ich weiß noch, dass wenn ich irgendwo weggegangen bin, also auf Partys oder so, dann habe ich mir immer überlegt, wie viel ich am Tag essen kann, damit ich ja einen flachen Bauch habe, damit ich nicht schwanger aussehe. Und ich habe sehr oft nach dem Essen so eine bleierne Müdigkeit verspürt. Ich war richtig schlapp und träge und hatte eigentlich so das Gefühl, jetzt könnte ich mich gut zwei Stunden hinlegen und schlafen, so ein Verdauungsnickerchen. Und heute weiß ich, dass das alles schon Vorzeichen waren, dass mein System so sehr unter Stress gestanden hat, dass meine gesamte Verdauung nicht mehr richtig funktioniert hat und dass mein Darm eigentlich auch schon die ersten Hilfeschreie gesendet hat, die ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Sondern ich habe eher geglaubt, naja, vielleicht sind die Lebensmittel das Problem, vielleicht habe ich jetzt auch irgendwie eine Gluten-Sensitivität entwickelt. All solche Gedanken kamen, ja, aber ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, das mit meinem Lifestyle, also mit dem Stress, den ich hatte, in Verbindung zu bringen. Deine Darmgesundheit hat ganz viel zu tun mit deinem Energiehaushalt. Und vielleicht spürst du es, dir fehlt Energie, obwohl du isst und obwohl du Nahrung aufnimmst. Also einerseits ist natürlich, wenn du einen Morbus Baseldo hast, eine Nebennierenschwäche vorhanden. Es ist ein allgemeiner tiefer Erschöpfungszustand und auch eine tiefe Energielosigkeit bis auf Zellebene. Aber auch dein Darm, der nämlich eine ganz besondere Verbindung zu deinen Mitochondrien, also deinen Zellkraftwerken hat, spielt in dein Energieempfinden hinein. Dein Darm und deine Mitochondrien beeinflussen sich gegenseitig. Geht es deinen Mitochondrien schlecht, kann deine Darmgesundheit dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Kommt es auf der anderen Seite zu Darmstörungen, wovon du ausgehen kannst, wenn du eine Stressfolgeerkrankung hast, dann kann es zu einem Leaky Gut Syndrom kommen und dadurch können chronische Entzündungsprozesse entstehen, die wiederum einen ganz direkten Bezug zur Gesundheit deiner Zellkraftwerke, also deiner Mitochondrien haben. Deine Darmflora hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie gut oder wie schlecht deine Mitochondrien arbeiten und schlicht und ergreifend, wie viel Energie dir zur Verfügung steht. Die vielen chronischen Entzündungsprozesse, die durch einen durchlässigen Darm hervorgerufen werden, führen zu einer permanenten Belastung deines Immunsystems. Wenn deine Darmbarriere nicht mehr voll funktionsfähig ist, gelangen bestimmte unerwünschte Stoffe durch deine Darmschleimhaut in den Körper. Und dein Körper reagiert darauf mit einer verstärkten Immunabwehr und es entstehen permanent Entzündungen. Man nennt sie Silent Inflammation. Ganz typische Symptome sind denen einer Nebennährenschwäche ganz ähnlich. Schleppheit, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, ein allgemeines Krankheitsgefühl, Lustlosigkeit in allen Lebensbereichen. Eine tiefe, tiefe Erschöpfung, die ganz unerklärlich ist. Erstmal häufige Infekte, Kopfmuskeln und Gliederschmerzen. Und leider ist es so, dass mit diesem Prozess der Dauerentzündung eine fortlaufende Schädigung deiner Darmschleimhaut einhergeht und dadurch entsteht ein richtiger Teufelskreis, den du wirklich nur dann beenden kannst, wenn du an der allerallertiefsten Ursache ansetzt, dem Stress. Wir werden uns in dieser Episode jetzt erstmal mit Entlastungsmaßnahmen befassen, weil auch das kann schon mal dafür sorgen, dass es dir sehr schnell sehr viel besser geht und dass dein Darm die Chance bekommt, sich zu regenerieren und dadurch dein Körper insgesamt viel, viel mehr Energie hat und auch Energie hat, um den Baseldo in die Remission zu bringen. Schon die alten Ägypter wussten, die Gesundheit liegt im Darm und sie pflegten ihn regelmäßig. In deinem Darm gibt es mehr synaptische Verschaltungen als in deinem Gehirn. Er ist eine richtige Bauchintelligenz, die du hast. Und wir haben das auch in der Sprache, dass wir sagen, naja, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das wäre keine gute Idee oder irgendwie habe ich es so intuitiv gespürt. Und ja, dein Darm nimmt eine Menge wahr, was um dich herum passiert. Und das berühmt-berüchtigte Bauchgefühl ist etwas, wo dein Darm eine ganz große Rolle spielt. Dein Darm besitzt sogar Riechzellen. Also ganz viele Teile deines Körpers besitzen Riechzellen, nicht nur deine Nase. Und die Riechzellen deines Darms funktionieren übrigens auch ganz hervorragend, wenn die Riechzellen in deiner Nase gar nicht mehr funktionieren. Wozu hat dein Darm diese Riechzellen? Er kann damit Einfluss nehmen auf das, was dir gerade gut tut, was du essen sollst. Und vielleicht kennst du das, dass du spontan Gelüste und Heißhunger auf ganz bestimmte Lebensmittel bekommst und ja schon richtig davon fantasierst, sie zu essen und an gar nichts anderes mehr denken kannst. Und das ist meistens ein Zeichen, dass dein Darm dir da ein ganz starkes Signal sendet, dass das gut für dich wäre. Und ich hinterfrage diese Gelüste in meinem Leben gar nicht mehr, sondern was ich dann mache, ist genau das zu tun, dem nachzugehen, mich einmal richtig abzusättigen, weil irgendetwas ist dann in diesen Lebensmitteln drin, was mein Körper gerade dringend braucht. Und ich verlasse mich da inzwischen total auf die Intelligenz meines Darms, der mich da ganz, ganz sicher leitet. Eine ganz wichtige Voraussetzung, damit das funktionieren kann, ist, dass die Riechzellen deines Darms nicht gestört werden. Und wodurch werden sie gestört? Durch Duftstoffe. Wir sind einer so großen Vielzahl an künstlichen Duftstoffen ausgesetzt, durch Parfüm, durch Waschmittel, durch Kosmetika, dass diese natürliche Intelligenz unseres Darms häufig durcheinander gerät. Und wenn wir so überschüttet sind mit Gerüchen, wir merken das dann auch mit unserer Nase, die stumpfen ab, die Riechzellen. Also wenn Du in einem Raum bist, in dem es intensiv nach Mandarine riecht, das riechst Du am Anfang, wenn Du reinkommst, und dann nimmst Du 20 Atemzüge und plötzlich riechst Du die Mandarinen nicht mehr so intensiv. Und so ähnlich kannst Du Dir das hier auch vorstellen. Wenn wir die ganze Zeit uns mit künstlichen Duftstoffen und auch künstlichen Aromen, die wir essen, zuballern, dann ist das so, als würden in Deinem Darm alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden. Und das irritiert diese Riechzellen in Deinem Darm komplett. Und diese natürliche Intelligenz, was Dir gut tut, die geht dadurch verloren. Also heißer Tipp an Dich, mach mal so ein Parfüm- und Duftstoffe-Detox für eine ganze Zeit und ich garantiere Dir, dass sich dadurch auch Dein Geschmackssinn noch einmal komplett verschärfen wird. Also ich merke das bei mir, seitdem ich wirklich konsequent sämtliche Duftstoffe aus meinem Leben rausgestrichen habe, reagiere ich auch ganz fein auf, ja, ich sage jetzt mal so Duftwolken. Also ich finde es zum Beispiel unerträglich, neben jemandem zu sitzen, dessen Kleidung in Lenore gespült wurde, weil mich das fast schon in der Nase beißt. Ich habe aber auch gemerkt, dass mein Geschmackssinn sich total verfeinert hat und ich ganz, ganz feine Nuancen und Aromen in den Speisen wahrnehme, die ich früher überhaupt nicht bemerkt habe. Worauf der Darm auf jeden Fall einen riesengroßen Einfluss hat, ist Deine Schilddrüse. Und darüber möchte ich Dir jetzt mehr erzählen. In unserer Medizin kommt leider selten jemand auf die Idee, die Schilddrüse mit dem Darm in Verbindung zu bringen und beide anzuschauen, wenn es an einer Stelle Probleme gibt. Dabei ist ihre Verbindung so offensichtlich. Deine Schilddrüse hat sich im Embryonalstadium aus Deinem Kopf darin entwickelt. Das bedeutet, Deine Schilddrüse und Dein Darm haben einen ähnlichen zellulären Ursprung. Auch die Nervenversorgung von Darm und Schilddrüse sind gleich. Beide werden vom vegetativen Nervensystem gesteuert und das merken wir ganz deutlich. Darm und Schilddrüse reagieren beide höchst empfindlich auf Stress und psychische Belastungssituationen. Und dass das so ist, haben wir auch in unserer Sprache fest verankert in vielen Sprichworten. So reagiert die eine mit einem Kloß im Hals oder mit Worten, die ihr im Halse stecken bleiben, auf psychische Belastung, während die andere Schiss hat oder Bauchweh bei der Sache bekommt. Und Darm und Schilddrüse melden sich beide, wenn es unserer Psyche nicht gut geht, wenn unser Nervensystem unter Dauerspannung steht. Und weil sie so eng zusammenspielen, wirkt sich eine verbesserte Darmgesundheit auch äußerst positiv auf deine Schilddrüsengesundheit aus. Wie sehr dein Darm und deine Schilddrüse zusammenarbeiten, das merkst du auch daran, dass deine Schilddrüsenfunktion deine Darmtätigkeit verlangsamt oder erhöht. Die Darmwand hat Muskeln und die müssen sich zusammenziehen und dehnen können, damit die Nahrung durch den Magendarmtrakt befördert wird. Und wenn du jetzt mit deiner Schilddrüse in die Überfunktion gerätst, dann beschleunigt sich auch deine Verdauung. Und ich glaube, wir Basodo-Frauen können ein Liedchen davon singen, dass wir Heißhunger haben, große Mengen essen und gleichzeitig immer wieder mit Durchfall auf Toilette rennen. Und genau so ist es dir vielleicht auch schon passiert, dass du in die Unterfunktion gerutscht bist und sich dadurch Verstopfung gebildet hast, weil einfach die Darmtätigkeit komplett langsam geworden ist, weil alle Bewegungen verlangsamt sind, einfach weil es zu wenig Schilddrüsenhormone gab. Dass deine Schilddrüse normal arbeiten kann, hängt zu ungefähr 20% davon ab, ob es im Darm genügend gesunde Darmbakterien gibt. Gesunde Darmbakterien wandeln auch dein inaktives T4-Schilddrüsenhormon in die aktive T3-Form um. Also es passiert nicht nur im Darm, aber auch dort. Die Schilddrüse liefert Hormone, die zu 94% aus T4 bestehen, was im gesamten Körper in T3 umgewandelt werden muss. Und wenn es jetzt im Darm ein Missverhältnis gibt von gesunden zu ungesunden Bakterien, spricht man auch von einer Fehlbesiedlung mit schädigenden Bakterien. Und damit ist dann die Produktion von ausreichend T3 behindert, die aber in den Körperzellen dringend gebraucht wird. Sowas passiert als mögliche Folge. Deine Schilddrüse produziert immer mehr Hormone nach, erschöpft sich dabei und leidet. Und gleichzeitig fehlt deinen Zellen dieses Schilddrüsenhormon. Außerdem hat die Darmgesundheit ganz, ganz viel mit der Autoimmunreaktion zu tun, die du jetzt gerade spürst, wenn du ein Morbus Basidur hast. Und darüber möchte ich dir im Verlauf dieser Podcast-Episode auf jeden Fall noch mehr erzählen. Damit du verstehst, wieso es an so vielen Stellen in deinem Verdauungssystem zu Problemen kommt, wenn du extrem viel Stress hast, möchte ich dir ein bisschen mehr darüber erzählen, wie deine Verdauung eigentlich funktioniert und an wie vielen Stellen Stress hier hineinspielt und für ein übles Durcheinander sorgt. Also, wenn du jetzt morgens früh dein Müsli isst, dann ist die erste Station deiner Verdauung der Mund. Indem du das Essen in Ruhe kaufst, zerkleinerst du die Nahrung nicht nur für deinen Darm, sodass dieser die Nahrung leichter aufspalten kann, sondern durch deine Speicheldrüsen speichelst du auch deinen Hapsen, den du da kaufst, ein und er wird sozusagen im Mund ein bisschen vorverdaut, bevor du ihn dann schluckst und er durch deine Speiseröhre runterrutscht in deinen Magen. Station 2 ist dann dein Magen. In deinem Magen befindet sich idealerweise reichlich Magensäure. Die Magensäure ist eine der aggressivsten und sauersten Substanzen in deinem Körper. Und das ist richtig und wichtig. Durch diese saure Substanz können Bakterien oder überhaupt generell schlechte Bestandteile im Nahrungsbrei einfach abgetötet werden. Also erstmal ist das tatsächlich so ein kleiner Desinfektionsvorgang, der da stattfindet. Sich selbst schützt dein Magen übrigens durch einen dicken Schutzfilm, den die Magensäure nicht durchdringen kann. Das Essen wird jetzt im Magen hin und her bewegt, weil auch der Magen zieht sich zusammen, der hat so Magenmuskeln oder der ist wie ein großer Muskel, der knetet dein Essen sozusagen einmal getüchtigt durch. Und wenn er damit fertig ist, dann rutscht dein Frühstück Richtung Zwölffingerdarm. Achtung, hier haben wir jetzt schon die erste Station, also im Magen noch, wo Stress zu richtigen Problemen führen kann. Denn bei Menschen mit Nebennieren-Schwäche und Stressfolgeerkrankungen liegt häufig ein Mangel an Magensäure vor, der sich sogar wie Sodbrennen anfühlen kann. Wenn das bei dir der Fall ist, dann probiere einfach mal aus, was passiert, wenn du zu jedem Essen eine Spalte Zitrone dazu gibst und einfach für mehr Säure sorgst. Das kann meistens schon dazu führen, dass diese brennenden Beschwerden aufhören. Durch das gezielte Ansäuern kann einfach ein Magensäuredefizit ausgeglichen werden und die Beschwerden lassen meistens sehr schnell nach. Zwar ist damit die Ursache nicht behoben, also die Nebennieren-Schwäche, die dazu geführt hat, dass weniger Verdauungssaft in deinem Magen gebildet wird, aber es ist zumindest schon mal eine Entlastungsmaßnahme, die dafür sorgt, dass du nicht unnötig leiden musst. Die nächste Station deines Frühstücks ist dann der Zwölffingerdarm. Im Zwölffingerdarm wird der Nahrungsbrei, der jetzt aus deinem Magen rauskommt, der ja ganz sauer ist, noch mit Magensäure durchsetzt, neutralisiert. Das muss geschehen, denn nur der Magen hat diesen Schutzfilm, der vor übermäßiger Säure schützen kann. Außerdem kommen jetzt weitere Enzyme hinzu aus deiner Bauchspeicheldrüse und aus deiner Gallenblase und die sorgen dafür, dass dein Essen weiter verdaut werden kann. Bei Nebennierenschwäche fehlen hier oft Verdauungsenzyme, weil einfach deine inneren Organe wie abgestellt werden. Durch Stress wird der gesamte Verdauungsapparat lahmgelegt und es werden einfach viel weniger Verdauungssäfte gebildet. Und ähnlich wie bei dem Zitronensaft gerade eben, kannst du als erste Entlastungsmaßnahme Verdauungsenzyme zu deinem Essen dazunehmen. Zum Beispiel Papain und Bromelin aus Papaya oder Ananas. Du bekommst die zum Beispiel bei Kidosha und mit dem Rabattcode 10Gerti sparst du auch nochmal 10% auf deine Bestellung. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. In roter Beete sind ebenfalls Verdauungsenzyme enthalten, das Betain. Selbstverständlich kannst du auch Papaya, Ananas und rote Beete in frischer Form ganz oft in deinen Speiseplan einbauen, weil du dann die guten Erzyme direkt mit deiner Nahrung hinunterschickst. So, die nächste Station, die wir haben, ist dann der Dünndarm. Im Dünndarm wird die Nahrung weiter zersetzt. Das schafft der Dünndarm in Zusammenarbeit mit der Bauchspeicheldrüse, die die benötigten Verdauungssäfte herstellt. In dem 5 Meter langen Dünndarm können die Nährstoffe aus der Nahrung in dein Blut übergehen, weil die Schleimhaut ein totales Wunder ist. Die Schleimhaut in deinem Dünndarm ist wie ein super intelligenter Filter, durchlässig für Nährstoffe, hält aber normalerweise jedenfalls alle Fremdeiweiße, abgestorbene Zellen, Bakterien und Mikroorganismen, die in deinem Blut nichts verloren haben, zurück. Das ist ein ganz, ganz, ganz sensibles Zusammenspiel. Was da passiert, damit Nährstoffe in deinem Blutkreislauf gelangen, aber schlechte Bestandteile aus der Nahrung ihren Weg in deinen Körper eben nicht finden. Und genau hier ist häufig ein ganz großes Problem. Und zwar kommt es bei längerem Stress häufig zum Leaky Gut Syndrom. Das Leaky Gut Syndrom ist eine Stressfolgereaktion und bei Morbus Basel-Door leider gar nicht so selten. Durch den ganzen Stress und auch die dadurch entstehenden Verdauungsbeschwerden wird die Darmwand angegriffen und Giftstoffe können in deinen Blutkreislauf gelangen. Die sogenannten Tight Junctions, also die Stellen, wo eben die Nahrungsbestandteile Durchlass finden im Filter, die leiern sozusagen so ein bisschen aus und dein Darm wird löchrig. Ich erzähle dir dazu später auf jeden Fall auch noch mehr, aber das nennt man eben Leaky Gut und die ganzen Stoffe, die jetzt in den Blutkreislauf gelangen, die können richtig krasse Entzündungen überall im Körper verursachen, Krankheiten und Nahrungsmittelunverträglichkeiten auslösen. Und woran du ein Leaky Gut erkennst und was du tun kannst, dazu erzähle ich dir nachher mehr. Wir gehen jetzt erstmal weiter im Verdauungstrakt, denn Station 5 ist dein Dickdarm. Die Restflüssigkeit sowie Mineralien werden durch den Dickdarm aus dem Nahrungsbrei herausgelöst und deinem Körper zugeführt. Fast 90 Prozent der Mineralien werden hier verarbeitet und für dich bereitgestellt und diese unglaubliche Leistung schafft dein Darm nur dank seiner gesunden Darmflora. Diese Darmflora besteht aus Milliarden von Mikroorganismen, die beim Herauslösen von Mineralien und weiteren Spurenelementen ganz, ganz essentiell wichtig sind. Wenn es hier zu Problemen kommt, wenn du zum Beispiel an einer Fehlbesiedelung des Darms, also einem SIBO, leidest, dann kann dein Darm nicht so viele Mineralien aus der Nahrung herauslösen, wie er eigentlich können sollte. Und dadurch hast du dann vielleicht einen Mangel an verschiedensten Mineralien, Spurenelementen, aber auch Vitaminen, obwohl du potenziell über die Ernährung genug aufnimmst. Und häufig merke ich das auch bei den durch mich begleiteten Frauen daran, dass sie substituieren und substituieren und es kommt gefühlt viel zu wenig an. Die Folge können im Blut messbare Mangelerscheinungen sein, oft sogar, obwohl kräftig substituiert wird, da einfach die Nahrung nicht richtig aufgespalten werden kann oder die Nahrungsergänzungsmittel nicht aufgenommen werden können, wenn die Zusammensetzung des Mikrobioms im Darm nicht stimmt. Die Folge ist, dass die gesamte Verdauung träge und ineffizient wird. So, und Station 6 ist dann eben das Klo. Der gesamte Nahrungsrest wird mit Hilfe von Schleim aus der Darmwand in Richtung Mastdarm geführt und dort lagert der Stuhl, bis, naja, du die Toilette aufsuchen musst. Und jetzt hast du schon einen ganz guten Überblick bekommen, wo überall in deinem Verdauungstrakt Probleme entstehen, wenn du viel zu viel Stress hast. Warum ist das so? Also, bei Stress gerät der Körper in den evolutionären Notfallmodus, in das evolutionäre Notfallprogramm. Und das ist auch gut und gesund und hat uns über die Jahrtausende hinweg geholfen, zu überleben und es hilft uns auch heute noch zu überleben. Was Mutter Natur niemals vorgesehen hat, war, dass wir Dauerstress haben. Und bei Stress, also wenn der Körper dieses evolutionären Notfallprogramm nutzt, dann wird alles abgestellt, was nicht zwingend notwendig ist, damit du kämpfen, flüchten oder dich totstellen kannst. Das heißt, die Verdauung wird runtergefahren, die Fortpflanzung wird runterreguliert, bestimmte Teile deines Körpers werden schlechter durchblutet, dafür wirst du mit Stresshormonen vollgepumpt und deine Muskeln machen sich bereit zu kämpfen oder zu flüchten. Das heißt, jetzt hast du bei Stress erst mal mehr Blut und mehr Energie in den Muskeln und weniger in deinen inneren Organen. Und wenn das für einen kurzen Moment so ist, dann ist das auch wunderbar. Aber wenn das ein Dauerzustand wird und zu lange anhält, dann kommt es hier zu argen Problemen. Und wenn wir dauergestresst sind, dann leidet immer, immer, immer die Verdauung. Sowohl in der Leber, wo die Galle mit Gallenflüssigkeit sitzt, als auch im Magen, wo die Magensäure sitzt. In der Bauchspeicheldrüse, wo die Verdauungseinzyme gebildet werden. Im Zwölffingerdarm, wo die Nahrung neutralisiert wird und mit Verdauungsenzymen versetzt wird. Oder auch im Dünndarm, wo die Tidejunctions sitzen und die Nährstoffe aufgenommen werden. Genauso wie im Dickdarm, wo die ganzen Mineralstoffe aufgenommen werden und ein Großteil deiner Darmflora angesiedelt ist, kommt es hier zu ganz massiven Problemen und Störungen. Und das heißt, die zentrale Stelle für deinen Körper, wo die Energie in dein System hineinkommen kann, die ist bei Dauerstress gestört, ineffizient und lahmgelegt. Und es ist kein Wunder, dass du dich nach und nach immer schlapper, immer müder, immer antriebsloser und immer träger fühlst und immer weniger Lust auf das Leben hast. Wie erkennst du denn jetzt, ob du Probleme mit dem Darm hast? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst einiges beim Arzt abtesten lassen. Die durch mich begleiteten Frauen bekommen im Mentoring einen ganz, ganz ausführlichen Selbsttest, mit dem sie herausfinden können, ob ihr Darm gesund ist oder Unterstützung braucht. Wenn du bei Morbus Basidu unter solchen Symptomen leidest, wie Stuhlunregelmäßigkeiten, Bauchschmerzen, regelmäßig aufgeblähter Bauch, Blähungen, manchmal auch saurer Reflux, Aufstoßen, aber auch sodbrennenartige Beschwerden, eine totale Müdigkeit und Erschöpfung nach dem Essen, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass bei dir ein Leaky Gut Syndrom vorliegt. Die Zellverbindungen in deinem Dünndarm, die Tight Junctions, lockern sich in Folge von dem ganzen Stress, dem dein Verdauungssystem ausgesetzt ist und es kommt zu einer erhöhten Durchlässigkeit für Pilze, Viren, Bakterien und fremde Proteine. Du kannst dir diese Schädigung deines Darms wie kleine Löcher in deiner Darmwand vorstellen. Natürlich in einem so winzigen Bereich, dass du eigentlich ein Lasermikroskop brauchen würdest, um das erkennen zu können. Es gibt eine umgangssprachliche Bezeichnung dafür für diesen zellöcherten Darm und das nennt sich Sicker-Darm, also wo langsam etwas heraus sickert. In der Medizin heißt es Leaky Gut Syndrom. Und warum ist das so? Also, stell dir die Zellschicht in deinem Darm einmal vor wie einen hochintelligenten Filter. Er lässt all das Gute, all die Nährstoffe durch und hält all das Schlechte, die Fremdproteine, Keime, tote Zellen und sowas zurück. Die Besiedelung mit guten Bakterien ist ganz maßgeblich wichtig, damit dieser smarte Filter in deinem Darm funktioniert. Und immer wenn es so Löcher im Darm gibt, kannst du auch davon ausgehen, dass die Darmbakterien ganz empfindlich gestört sind. Warum? Hauptsächlich ist Stress wieder mal die Ursache mit all den Folgen für dein Verdauungssystem. Dadurch, dass die wichtigen Verdauungsflüssigkeiten überall im Körper gedrosselt sind, kommt deine Nahrung als halbverdaute, gährende, unverwertbare und eklig faulige Masse in deinem Darm an, mit der deine guten Mikrobenfreunde ihre liebe Mühe haben. Außerdem schädigen Alkohol, Gluten, Nebennierenerschöpfung, unentdeckte Zahn- und Zahnfleischprobleme, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Antibiotikagaben, Darminfektionen, falsche Ernährung mit viel zu viel Zucker und zu wenig Ballaststoffen, weiterhin dein Darmmikrobiom, weil sie die schädigenden Darmbakterien füttern und die guten verhungern lassen. Und du kannst dir das wirklich so vorstellen, dass du die guten Darmbakterien, also deine kleinen Helferfreunde, füttern und pflegen musst, damit sie sich vermehren können. Und wenn denen das Futter wegbleibt und die nur so eine angedauerte, stinkende Masse bekommen, die gärt und blubbert und wo große Bröckchen vielleicht drin sind, weil du hast dich gekaut und geschluckt hast und du irgendetwas einfach in dich reingestopft hast, weil du geglaubt hast, du hast keine Zeit zu essen, dann können die damit nichts anfangen. Wer damit aber meistens sehr wohl was anfangen kann, sind die schlechten Darmbakterien. Und du hast immer beide in deinem Darm. Es kommt hier eben auf die gesunde Mischung, auf das gesunde Verhältnis an. Und wer sich dann genau darauf stürzt, das sind die schlechten Darmbakterien. Und die haben jetzt optimale Bedingungen um sich bestens zu vermehren. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn du zum Beispiel zu wenig Magensäure hast, oben, also durch deinen Mund, allerlei schädigende Mikroben in deinen Verdauungstrakt hineinkommen können und dann eben nicht abgetötet werden durch die Magensäure. Und nicht nur Bakterien können hier in deinen Körper gelangen, sondern eben auch Parasiten wie Würmer, die weiter zu Problemen in deinem Verdauungstrakt führen. Und jetzt, stell dir das mal vor, du hast Löcher in deinem Darm. Also diese Tight Junctions, dieser intelligente Filter, der eigentlich immer dann zumacht, wenn etwas Falsches ankommt, der wird jetzt locker durch die ganzen Blähungen und das ganze Geschehen, was da in deinem Darm die ganze Zeit abläuft. Und plötzlich kann in mikroskopisch kleiner Form unverdaute Nahrung in deinen Blutstrom gelangen. Plötzlich zirkulieren Keime und fremde Stoffe in deinem Blut. Stell dir das mal vor, ist ja kein Wunder, dass es dann nach einem völlig harmlosen Essen zu Reaktionen kommen kann, wie unangenehmen Hauterscheinungen, juckenden Stellen, Rötungen, Schwindel und vieles, vieles mehr. Dein Immunsystem gerät ja völlig außer Rand und Band, weil es plötzlich den ganzen Körper von Feinden überspült. Und es beginnt natürlich auch unverzüglich mit seiner Aufgabe. Sofort gehen deine Fresszellen los und attackieren all diese kleinen Stoffe und Eiweiße und Mikroben, die in deinem Blut nichts verloren haben. Wenn jetzt diese Schädigung im Darm immer weiter geht und ich sag mal die Löcher immer größer werden oder immer zahlreicher werden und immer mehr und immer mehr und immer mehr Stoffe in deinem Blut herumschwimmen, die da überhaupt nichts verloren haben, dann reagiert dein Immunsystem irgendwann mit so einer überschießenden Panikreaktion. Und das ist genau das, was wir bei Autoimmunerkrankungen beobachten. Plötzlich wird an den Stellen, wo viel Durchblutung stattfindet, auch Gewebe attackiert. Und die Schilddrüse ist ein am stärksten durchblutetestes Organ deines ganzen Körpers. Es ist kein Wunder, dass genau hier eine ziemlich heftige und eklige Entzündungsreaktion stattfindet. Und gleichzeitig kommt es schleichend zu immer mehr Beschwerden mit dem Essen. Es kommt zu Laktoseintoleranz, zu Histamineintoleranz, zu Fruktoseintoleranz. All diese Verdauungsbeschwerden sind oft so eine Begleiterscheinung bei Morbus Baseldo und auch anderen Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse, wie zum Beispiel einem Hashimoto. So, was ist jetzt zu tun? Also, die gute Nachricht vorweg, dieser Prozess ist zum Glück umkehrbar, wenn wir wissen, wie wir unseren Darm unterstützen können. All die aufgezählten Beschwerden können sich bei entsprechender Ernährung und bei einem entsprechenden Lifestyle in ein Nichts auflösen. Das geht in der Regel nach ein paar Wochen mit der richtigen Ernährung und der richtigen Darmpflege. Denn zum Glück ist dein Körper ein tolles System, was sich immer wieder reparieren und regenerieren kann. Und die Löcher in deinem Darm sind heilbar und verschwinden auch wieder. Voraussetzung ist natürlich eine darmfreundliche Ernährung und ein darmfreundlicher Lifestyle, den wir jetzt gleich genau besprechen. Als Folgeerscheinung eines gesunden und ausgehaltenen Darms verschwinden häufig auch die überschießende Immunreaktion und die entzündete Schilddrüse. Und genau hier haben wir den Punkt, es ist so wichtig, dass du deine Darmgesundheit ins Auge nimmst, wenn du einen Morbus Baseldo hast und dass du dafür sorgst, dass diese konstante Entzündungsreaktion, dieser konstante Reiz für dein Immunsystem aufhört. Es gibt zwei ganz, ganz essentielle Schritte, die du jetzt hier gehen darfst. Der erste Schritt ist Stressbewältigung und ein gesunder Lifestyle. Und der zweite Schritt ist das Weglassen von allen Reizstoffen, die dazu geführt haben, dass es deinem Darm schlecht geht, dass du auch erstmal alles weglässt, worauf du zur Zeit vielleicht schon negativ reagierst und gleichzeitig deinen Darm pflegst, reparierst und regenerierst. Was kann dich dabei unterstützen? Also der wichtigste Punkt für eine gesunde Darmschleimhaut ist der sofortige Stopp aller Dinge und Tätigkeiten, die deine Darmschleimhaut direkt und unmittelbar schädigen. Zum Beispiel Alkohol, Nikotin, überflüssige Medikamente und Stress. Und das zweitwichtigste ist, herauszufinden, was deinen Darm schädigt. Wenn du bereits an chronischen Beschwerden leidest, dann teste unbedingt, ob du an unentdeckten Unverträglichkeiten leidest. Denn individuell unverträgliche Lebensmittel führen im Darm zu chronischen Entzündungen und infolgedessen zu Darmflora und Darmschleimhautschäden. Es ist daher ganz, ganz wichtig, derartige Unverträglichkeiten aufzudecken, um sich immer weiter mit der optimalen Ernährung zu fördern, zu pflegen und zu regenerieren. Entweder kannst du dazu deinen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen, weil über Atemblut- und Stuhltests lassen sich die meisten Unverträglichkeiten schnell aufdecken. Oder du kannst auch selber ermitteln durch so eine Ausschlussdiät, indem du zum Beispiel mal Gluten weglässt oder Milch weglässt oder bestimmte Lebensmittel einfach mal trackst. Und meine Frauen im Mentoring bekommen von mir eine ganz, ganz klare Einleitung, wie sie da Schritt für Schritt vorgehen können und mit so einem Acht-Tage-Protokoll sehr schnell herausfinden können, was ihnen gut tut und wo sie Optimierungsbedarf haben. Heißt für dich, lass alle reaktiven Lebensmittel weg, also alles, was deinen Darm reizen könnte. Schon ein einziges falsches Lebensmittel kann den Darm schädigen, wenn es nicht vertragen wird. Und eins der am häufigsten Probleme verursachenden Eiweiße ist das Gluten, weil es ein sehr, sehr klebriges Eiweiß ist, ein sehr klebriges Protein. Und auch ohne Zöliakie und Glutenunverträglichkeit ist es schon schwer zu verdauen. Und wenn das Verdauungssystem schon vorgeschädigt ist, dann ist Gluten meistens eins der ersten Eiweiße, was wirklich Probleme verursacht. Es ist nicht immer das Problem Nummer eins, aber eins der häufigsten, was auch häufig Probleme bereitet, sind Milchprodukte, Soja, Getreide, Nüsse, Eier und Nachtschattengewächse. Also das wären so Lebensmittel, die du mal austesten könntest. Keine Panik jetzt, nicht einfach alles blind weglassen, sondern erst mal testen und dann gezielt weglassen. Übrigens ein ganz, ganz großer Hinweis darauf, dass mit deiner Ernährung etwas nicht stimmt und deiner Verdauung schief läuft, ist, wenn du dich nach dem Essen super schlepp und super müde fühlst. Verdauung ist schon ein total anstrengender Prozess für den Körper, aber wenn jetzt Magensäure und Verdauungsenzyme fehlen, dann verursacht das nicht nur gewaltige Verdauungsbeschwerden, wie zum Beispiel Blähung, sondern es bedeutet einen ganz, ganz hohen Extraaufwand für deinen Körper, der so viel deiner Energie fordert, dass du dadurch schlepp und müde wirst. Und eigentlich ist es so, dass du, wenn du gesund bist, nach einem Essen mehr Energie hast und nicht total in den Seilen hängst. Verobachte also hier auch mal ganz genau, ob du nach einer Mahlzeit Energie hast und dich gut fühlst oder ob es dir schlecht geht, ob du müde wirst, ob du schlepp wirst, ob du das Bedürfnis hast, dich hinzulegen. Bei Morbus Baseldo ist es leider oft so, dass nach dem Essen eine richtige bleierne Müdigkeit einsetzt, als Folge des überlasteten Verdauungssystems. Auch das ist ein ganz wichtiges Symptom, was dir einfach den Hinweis gibt, hey, hier darfst du anfangen zu unterstützen. Meine Empfehlung ist es da, dass du trackst, dass du dir wirklich mal ein Gesundheitstagebuch einlegst, wo du genau aufschreibst, was habe ich gegessen, wie habe ich mich danach gefühlt, welches Lebensmittel habe ich vielleicht neu angeführt oder welches Lebensmittel lasse ich mal weg und beobachte dich unmittelbar nach dem Essen und dann nochmal im Zwei-Stunden-Abstand und mach einfach einen Check-In und guck, wie fühlst du dich, wie fühlt sich dein Bauch an, was hörst du vielleicht, ist da Ruhe oder gurgelt es, ist dein Bauch flach oder aufgebläht, all diese Dinge kannst du tracken. Das kann übrigens auch sehr wertvoll sein, wenn du das mal mitnimmst, dann zu deinem Heilpraktiker oder deinem Arzt, weil dann hast du schon mal so eine Vorarbeit geleistet, die schon erste Hinweise darauf geben kann, wo du ganz genaue Unterstützung brauchst. So, also, lass uns mal zu dem kommen, was du tun kannst, wenn du merkst, oh, da habe ich Bedarf und da habe ich Beschwerden. Wie kann so ein Reparaturprogramm für deinen Darm und deine Darmschleimhaut aussehen? Bei jeder guten Darmsanierung solltest du dich ganz gezielt um folgende Aspekte kümmern. Erstens, die Heilung deiner geschädigten Darmschleimhaut und der beeinträchtigten Darmbarriere sowie der Hemmung der dort meist vorhandenen latenten und chronischen Entzündungsprozesse. Zweitens, der Wiederaufbau der beeinträchtigten Schleimschicht, die normalerweise die Darmschleimhaut schützt und auch von dieser produziert wird. Und drittens, die Symbiose-Lenkung, also die Regulierung deiner Darmflora, die Reduzierung schädlicher Darmbakterien und Pilze sowie die Ansiedlung bzw. die Vermehrung nützlicher Darmbakterien. Außerdem können wir ganz gezielt gegen die Löcher des Leaky Gut vorgehen. Wie wir das machen, erzähle ich dir jetzt im Verlauf. Ich habe dir ja vorhin gesagt, dass die Verdauung möglicherweise unzureichend funktioniert, weil dir die Verdauungsenzyme fehlen. Und hier hast du auch schon direkt den ersten Hinweis, was du für deine Darmschleimhaut tun kannst. In ganz vielen Fällen bei Nebennierenschwäche und Morbus Basendo sind zunächst mal Enzympräparate ganz hilfreich, bis alle anderen stressreduzierenden Maßnahmen greifen. Weil deine eigenen geschwächten Verdauungsorgane, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase und Leber viel zu wenig Verdauungssafte produzieren, bleiben eben viele unvollständig verdaute Partikel im Darm, die dann auch noch durch die geschädigte Darmschleimhaut in den Blutkreislauf gelangen können. Und so haben wir einen Vorgang, der mittlerweile als Ursache zahlreicher immunologischer Erkrankungen gilt, also Allergien und Autoimmunerkrankungen. Und wenn er nicht ausgeheilt wird, bei Morbus Basendo immer wieder zu Schüben oder zu Rezidiven führen kann. Deine Schilddruse ist wie gesagt das am stärksten durchbluteteste Organ deines ganzen Körpers und wenn dort viele unverdaute Partikel aus deinem Blutkreislauf landen, dann kann das immer wieder zu einer Kaskade an Antikörperangriffen auf das Gewebe deiner Schilddrüse führen. Und Darmgesundheit ist hier Vorbeugen, dass ein Rezidiv ausbleibt. Inzwischen gibt es einige Enzympräparate im Handel, die dir dabei helfen können, Eiweiße besser zu verdauen, wie das erwähnte Papain und Bromelin, aber es gibt inzwischen auch Enzympräparate, die dir sogar helfen, Gluten zu verdauen. In entsprechenden Enzympräparaten findet sich das Enzym mit dem klangvollen Namen Proliloligopeptidase. Achte hier auf eine hohe Dosierung in dem Präparat. Zwar kann damit nicht der vollständige Glutengehalt einer glutenhaltigen Ernährung abgebaut werden, aber er kann ein bisschen reduziert werden und deine Verdauung hat es leichter, sodass die Belastung deines Darms durch Gluten vermieden wird oder beziehungsweise vermindert wird. Gleichzeitig empfehle ich dir wenigstens eine glutenarme Ernährung auszuprobieren. Achtung, dieses Vorgehen ist nicht geeignet, wenn bei dir schon Zöliakie diagnostiziert wurde. Dann hilft dir das nicht, sondern dann hilft wirklich nur der absolut strikte Verzicht auf Gluten. Oft verschwinden Blähungen, Foodbabys und Völlegefühl ganz rasch durch diese einfache Entlastungsmaßnahme und wie ich dir auch schon vorhin erzählt habe, Papaya, Ananas und rote Beete in ihrer frischen Form enthalten ganz viele Verdauungsenzyme und baue die einfach öfter in deinen Speiseplan ein. Es gibt ein Spurenelement, das deine Darmschleimhaut schützen kann und das ist Zink. Zink gilt als heilendes entzündungshemmendes Supplement für die Darmschleimhaut und ist überdies essentiell für ein funktionierendes Immunsystem. Es unterstützt dich übrigens auch bei Haarausfall und Hautproblemen wie Akne, die ja auch eine häufige Begleiterscheinung eines Morbus Basel sind. Also Zink ist eins meiner liebsten Spurenelemente bei Morbus Basel weil es einfach an so vielen Stellen deinen Körper kräftigt und unterstützt. Im Gegenzug kann auch ein Zinkmangel zu einer geschwächten und anfälligen Darmschleimhaut führen. Es gibt mehrere Studien, die darauf hinweisen, dass die Einnahme von Zink bei einer angeschlagenen Darmschleimhaut heilende Effekte hat. In der einen ergab sich sogar, dass die Nahrungsergänzung mit Zink bei Patienten mit Morbus Crohn, was eine entzündliche Darmerkrankung ist, zu einer deutlichen Kräftigung der Darmschleimhaut führte. In der zweiten Studie zeigte sich sogar, dass Zink in der Lage ist, die Durchlässigkeit des Darms bei einem Leaky Gut Syndrom zu lindern, da es die Schließ- und Wachfunktion der sogenannten Junctions stärkt und bessert. Zink wird auch bei Nebennierenschwäche empfohlen und zwar 50 Milligramm pro Tag mindestens. Du bekommst ein hochwertiges und sehr gut verträgliches Zink aus Guaven Wasser nochmal. Du bekommst ein hochwertiges gut verträgliches Zink aus Guaven Blatt Wasserextrakt bei Kidosha. Auch hier Link in den Shownotes und auch hier gilt mein Rabattcode 10 Gerti. Auch Polyphenole, das sind bioaktive Pflanzenstoffe aus pflanzlichen Lebensmitteln, haben eine ganz positive Wirkung auf die Darmschleimhauten, und die Darmbarriere. Dazu gehören Phenolsäuren, Flavonoide, Anthocyane, Stilbene und Lignane. Bekannt sind diese Stoffe für ihre entzündungshemmenden und antioxidativen, aber auch ihre antidiabetischen, krebshemmenden und muskelschwundhemmenden sowie den Alterungsprozess verzögernden Eigenschaften. Unterm Strich die guten Dinge aus Obst und Gemüse. Gönn dir Grapefruit, Mandarinen, Orangen und Co. Das Naringenin aus Zitrusfrüchten unterstützt die Bildung deiner Type Junctions. Zwar enthalten Orangen und Mandarinen gewisse Naringenin-Mengen, also 10 bis 15 Milligramm pro 100 Gramm, aber Grapefruits und Kumquats sind deutlich bessere Quellen. Die haben zwischen 53 und 57 Milligramm. Selbst Grapefruit-Saft enthält immer noch um die 18 Milligramm Naringenin. Allerdings achtet darauf, dass es ein frisch gepresster Saft ist mit viel Fruchtfleisch. Und das ist tatsächlich eine sehr leckere Darm-Diät und gerade jetzt in der kühlen Jahreszeit, wo wir viele Zitrusfrüchte haben, auch sehr gut umsetzbar. Auch Quercetin kann dich unterstützen, deine Darmschleimhaut zu heilen. Quercetin ist ein Pflanzenstoff aus Äpfeln, Zwiebeln, er kommt in grünem Blattgemüse vor und sorgt für gut funktionierende Tight Junctions, gönn dir ganz viele von diesen Lebensmitteln. Du kannst Quercetin aber auch gezielt supplementieren, auch da findest du bei Kidosha ein entsprechendes tolles Präparat. Link in den Shownotes. Auch Curcumin, OPC und Resveratol und Anthocyane können dich unterstützen. All diese Stoffe haben eine ganz tolle Eigenschaft auf die Darmschleimhaut. Sie können Störungen der Darmbarriere lindern und du findest all diese Stoffe auch bei Kidosha kannst du dir dort als Nahrungsergänzungsmittel besorgen oder aber auch mit frischem Kurkuma arbeiten. OPC und Resveratol findest du in Traubenkernen oder in roten Weintrauben. Das ist jetzt im Winter ein bisschen schwierig, also da macht die Supplementierung Sinn, aber da kannst du zum Beispiel auch im Herbst Weintrauben zu dir nehmen und nimm hier Sorten mit Kernen, damit du eben auch etwas von dem Traugen Kernextrakt, also dem OPC hast. Anthocyane findest du in Beeren, vor allen Dingen wilde Beeren kann ich dir hier empfehlen, weil sie einfach eine beschädigte Darmschleimhaut heilen und Entzündungen im Darm lindern können. Die Heilpflanze Mürre ist auch eine ganz ganz tolle Pflanze für den Darm. Sie aktiviert die Tight Junctions, dazu gab es im Jahr 2017 eine große Studie der Berliner Charité, die Heilpflanze Mürre zur Stabilisierung der Darmbarriere gründlich untersucht hat und festgestellt hat, dass sie zur Regeneration der Darmschleimhaut bei Leaky Gut beitragen kann. Auch bei Reizdarmsymptomen wie Blähungen und Durchfall werden Mürrepräparate schon lange erfolgreich eingesetzt. Und dann gibt es noch eine Pflanze, die ein richtiges Superfood ist, wenn du Verdauungsbeschwerden hast und das ist Aloe Vera. Aloe Vera ist eine enorm hilfreiche Pflanze für deine Verdauung. Sie enthält Enzyme und Schleimstoffe, die deinem Darm sehr gut tun. Sie kann helfen, Kohlenhydrate und Fette aus der Nahrung aufzuspalten. Gleichzeitig wirkt sie einem echten Magensäuren Überschuss entgegen, dass sie eine stark basische Wirkung hat. Sie schadet dir jedoch nicht, wenn du zu wenig Magensäure hast und sie nicht ständig, also nicht jeden Tag zu dir nimmst. Der Wirkstoff Aloe Vera hat präbiotische Eigenschaften, er stärkt die Darmwende und führt zu einem gesunden Darmmilieu. Der Saft von der Aloe kann deine Verdauung auf natürliche Weise unterstützen. Außerdem hat Aloe Vera eine der wichtigsten und umfangreichsten biochemischen Zusammensetzungen. In Aloe Vera wurden mehr als 70 Nährstoffe und biologisch aktive Stoffe nachgewiesen, unter anderem Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe, Polysaccharide, Aminosäuren, Enzyme, Anthracinone, Lignin, Terpene, Carotinoide und Saponine. Diese Pflanze stellt praktisch eine komplette Mahlzeit bereit. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Nährstoffzusammensetzung hat sie einen großen therapeutischen Wert und sie agiert auch als Vermittler verschiedener biologischer Aufgaben im Organismus, unter anderem wirkt sie antioxidativ, verdauungsfördernd, entzündungshemmend, antimikrobiell, antidiabetisch und antitumoral. Die verdauungsfördernde Wirkung von Aloe Vera ist sehr, sehr gut dokumentiert. Viele Studien zeigen, dass das Gel der Aloe Vera erfolgreich zur Unterstützung der Entgiftung des Organismus und zur Förderung einer guten Verdauung und in ganz konkreten Fällen auch bei entzündlichen Darmerkrankungen, Reizdarmsyndrom und Infektionen mit Helicobacter Pliori, also die Hauptursache für Magengeschwüre, eingesetzt wurde. Die klinische Wirksamkeit von Aloe Vera und die Sicherheit bei Colitis, Ulcerosa und chronischen Geschwüren wurde gut untersucht und an vielen Patienten mit Reizdarmsyndrom erfolgreich belegt. Aloe Vera hat auch einen sanft abführenden Effekt bei Verstopfung und kann deiner Verdauung einfach an ganz, ganz vielen Stellen sehr viel Gutes tun. Damit du dir keine Sorgen machst, hier einen Hinweis. Eine leichte Rotfärbung des Urins während der Behandlung mit Aloe Vera ist völlig normal und harmlos. Du bekommst Aloe Vera Saft zum Trinken in Drogerien oder im Netz und wenn du das Glück hast und so eine Pflanze besitzt, dann kannst du auch das Innere der fleischigen Blätter zum Beispiel in deine Smoothies tun. Ich habe auch schon mal gesehen, dass in gut sortierten Läden mit einer gut sortierten Obst- und Gemüseabteilung Blätter von Aloe Vera in der Gemüseabteilung angeboten werden. Also vielleicht hast du Glück und findest da auch ein frisches Blatt. Das hält sich im Kühlschrank sehr lange und du kannst da immer ein Stück von abschneiden. Ja, und jetzt würde ich dir gerne noch einen ganz tollen Tipp geben, wie du mögliche Löcher in deiner Darmschleimhaut heilen kannst. Denn es gibt etwas, das wie ein Pflaster von innen deine löchrige Darmschleimhaut zukleben kann und das ist Kollagen. Bei ganz, ganz vielen Naturvölkern ist Knochenbrühe als Heil- und Stärkungstrank bekannt. Und auch bei uns hat man früher Wöchnerinnen und kranken Menschen, die sehr erschöpft waren, Knochenbrühe gegeben, um sie wieder aufzupäppeln. Knochenbrühe ist einerseits ultra nährstoffreich und äußerst bekömmlich, aber sie enthält auch große Mengen Kollagen. Und immer häufiger wird auch bei uns Darmkranken Menschen zum Verzehr von Knochenbrühe geraten, da diese eine angeschlagene Darmschleimhaut reparieren kann. Der Heileffekt kommt von dem hohen Kollagen-Gehalt dieser Brühe. Wahrscheinlich hast du Kollagen schon mal im Zusammenhang mit Kosmetikprodukten gehört, weil Kollagen häufig für eine Straffung und Verjüngung der Haut angepriesen wird, aber Kollagen ist vor allen Dingen auch ein fantastisches Mittel, um deinen Darm zu heilen. Kollagen ist in deinem Körper keine Seltenheit, also du hast es sogar super oft und super häufig in dir. Es macht zwischen 25 und 30 Prozent deines Gesamtproteingehalts aus und findet sich besonders in deinem Bindegewebe und damit also in deiner Haut, in den Bändern, in den Sehnen, deinen Gelenkknorpeln, Blutgefäßwänden, in deinen Organen, aber auch in deinen Knochen und Zähnen. Gebildet wird das Kollagen von den Bindegewebszellen, den Phyroblasten. Im Darm kann Kollagen beim Aufbau einer gesunden Darmschleimhaut helfen, da es die dafür benötigten Aminosäuren liefert, etwa Prolin, Lysin und Glycin. Zusätzlich hat Kollagen die Neigung, viel Wasser an sich zu binden, also 60 Prozent seines eigenen Gewichts, sodass es im Verdauungssystem die bekannte glibberige Konsistenz von zum Beispiel Wackelpudding annimmt und auf diese Weise einen Schutzeffekt für deine angeschlagenen Darmschleimhäute bietet. Die eben genannten Aminosäuren Prolin, Lysin und Glycin haben teilweise entzündungshemmende und immunregulierende Eigenschaften. Außerdem scheinen sie auch laut Studien konkret die Darmschleimhaut Zellen zu schützen, indem sie negative Effekte schädlicher Stoffe abwenden und die Durchblutung der Magen- und Darmschleimhaut fördern. Du musst jetzt nicht zwangsläufig tierisches Kollagen zu dir nehmen, damit dein Körper mit Aminosäuren und anderen Stoffen gut versorgt ist, aus denen er selber Kollagen bilden kann. Du kannst die nötigen Aminosäuren auch ohne Knochenbrühe zu dir nehmen, falls du lieber auf tierische Produkte verzichten möchtest. Glycin beispielsweise ist keine essentielle Aminosäure. Sie kann vom Körper selbstständig aus der Aminosäure Serien hergestellt werden. Serien findet sich zum Beispiel in großen Mengen Erdnüssen, Linsen, Sojaprodukten und in Hirse. Wobei alle diese vier Lebensmittel mehr Serien enthalten als die meisten Fleisch, Fisch und Milchprodukte. Zusätzlich ist es sehr sinnvoll, deinen Organismus mit jenen Nähr- und Vitalstoffen aus Pflanzen zu versorgen, die deine körpereigene Kollagenproduktion ankurbeln. Ganz wichtig, du brauchst die passenden Kofaktoren, zum Beispiel Vitamin C, also aus Obst und Gemüse. Ohne Vitamin C ist die körpereigene Kollagensynthese blockiert. Ich würde dir jedoch empfehlen, dass du für den Anfang deinen Körper sozusagen als Startkapital auch mit tierischem Kollagen versorgst, weil solange das Verdauungssystem noch so arg strapaziert ist und noch nicht überall die Verdauungssäfte wieder fließen, kann es problematisch sein, dass du die Eiweiße aus zum Beispiel Linsen, Soja und Hirse und Erdnüssen aufspaltest. Du kannst probieren, mit Verdauungsenzymen zu arbeiten, aber wenn du das Gefühl hast, es wirkt noch nicht richtig, dann gib doch mal dem tierischen Kollagen und der Knochenbrühe einen kleinen Versuch. Abgesehen davon ist Knochenbrühe sehr, 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 sehr nährstoffreich und extrem gehaltvoll und das ist bei einer Nebennierenschwäche ganz, ganz wichtig. Erinnere dich, mit Knochenbrühe wurden früher sehr schwache, sehr kranke, sehr erschöpfte Menschen aufgepäppelt und das nicht ohne Grund und du kannst von einer Sache ausgehen, wenn du Morbus Basso hast, dann bist du zumindest auf einer zellulären Ebene sehr erschöpft, sehr ausgebrannt und gehörst aufgepäppelt. Damit du keine Probleme mit Jod oder Hormonen bekommst, ist es ganz, ganz essentiell wichtig, dass du Knochenbrühe nur aus den aller, allerbesten Bio-Zutaten kochst, wo die Tiere Weidehaltung hatten, draußen standen, keine Antibiotika-Gaben bekommen haben, kein Kraftfutter bekommen haben und einfach unter den allerbesten Bedingungen gehalten wurden. Die Frauen, die bei mir Mentoring sind, bekommen ein tolles Rezept, wie sie sich eine Knochenbrühe selber kochen können. Wenn du keine Lust auf Knochenbrühe hast, kannst du dir auch pures tierisches Kollagen besorgen und das zum Beispiel regelmäßig morgens früh in deinen heißen Tee rühren und trinken. Das funktioniert auch. Du hast dann aber nicht die, ich sag mal, Nährstoffmenge oder den Nährstoffreichtum, den eine Knochenbrühe dir mitbringt. Denn in einer Knochenbrühe sind ganz viele verschiedene Aminosäuren drin, wie zum Beispiel Prolin, Glycin und auch Glutamin und der Körper bekommt dadurch einfach ganz viele Bausteine, mit denen er unter anderem auch wieder körpereigenes Kollagen herstellen kann. Ganz grundsätzlich ist es auch so, dass dein Körper wirklich ausreichend Energie braucht und mit wichtigen Nährstoffen versorgt sein muss, damit die Energie, deine Verdauung, dein Immunsystem, deine Organe laufen können, damit das funktioniert und damit dein Wohlbefinden auch sich wieder einstellt. Ich merke das bei den Frauen, die ich begleite, ganz, ganz deutlich, dass sie relativ schnell, wenn wir anfangen, ihre Ernährung umzustellen, sie wieder zu kräftigen, zu stärken, spüren, dass die Energie zurückkommt, dass dieses Gefühl von keine Lust auf gar nichts mehr ausgebrannt sein, sich völlig erschöpft fühlen, rasch nachlässt. Eine weitere Sache, die du für deine Darmschleimhaut tun kannst, ist sie mit natürlichem Schleim zu schützen, denn wie der Name Schleimhaut schon sagt, brauchst du hier Schleim. Wenn die eigene Schleimproduktion schwächelt oder nachgelassen hat, dann ist es wichtig, dass du alles dafür tust, dass sich diese Schleimhaut wieder erholen kann. Zu dem Zweck kannst du schleimbildende Lebensmittel einsetzen, zum Beispiel Leinsamen, also du kennst es ja, wenn du Leinsamen in Wasser legst, da bildet sich so eine richtige Schleimschicht drum, die kannst du dir zum Beispiel schroten, die sind äußerst bekömmlich für die Darmschleimhaut. Du kannst mit Aloe Vera Gel arbeiten, aber auch Tee aus der Eibischwurzel wirkt so ein bisschen schleimbildend und ja, tut sehr, sehr gut. Auch Ulmenrinde, die gibt es pulverisiert zu kaufen, kann in wenigen Minuten in ein schleimiges Gel verwandelt werden und die Darmschleimhaut nicht nur schützen, sondern dort eben auch entzündungshemmend und präbiotisch, also Darmflora aufbauend oder Darmflora freundlich wirken. Ein Tee aus Süßholz hingegen kann deine körpereigene Schleimproduktion anregen. Also wenn du Süßholz gerne magst, schau mal, dass du dir da einen schönen Tee mitmachst. Du kannst zum Beispiel auch mit bestimmten Gemüsen arbeiten, also die Okraschoten enthalten auch sehr viele Schleimstoffe, die besonders gesund für deine Darmschleimhaut sind. Die wird sogar Gemüse-Eibisch genannt, wegen genau dieser Eigenschaft. Und was du auf jeden Fall auch noch machen kannst, ist, dass du mit Probiotika arbeitest. Probiotika sind lebendige, also aktive Bakterienstämme mit guten Darmbakterien, die du gezielt substituieren kannst, also schlucken kannst. Diese kommen dann in magensaftresistenten Kapseln daher und gehen erst im Darm auf, wo sie sich dann hoffentlich gut vermehren und verbreiten können. Wichtige Voraussetzung auch hier ist, dass du dafür sorgst, dass sie sehr gute Bedingungen finden. Das heißt, ist viele Ballaststoffe, ist ganz viele Dinge, die deinem Darm gut tun. Je gesünder und je ausgewogener deine Darmflora ist, desto besser ist auch deine Darmschleimhaut wieder geschützt, zum Beispiel vor Pilzen, schädlichen Bakterien, Giften und Allergenen. Und umso unwahrscheinlicher ist auch ein Leaky Gut Syndrom. Vielleicht hast du schon mal nach einer Antibiotikatherapie mit Probiotika gearbeitet, dann kennst du das. Wenn du den Verdacht hast, dass es deiner Darmschleimhaut nicht gut geht, dann macht eine möglichst tägliche Einnahme von Probiotika wirklich Sinn und ist eine ganz tolle Komponente, um da deine Darmschleimhaut wieder aufzubauen und einfach dein Darmmikrobiom zu stärken. Und was du hier auch machen kannst, ist, dass du mit fermentierten Lebensmitteln arbeitest. Und meine absolute Lieblingsfirma in diesem Bereich ist die Firma Ferment. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Ihr Motto ist Lass Mikroben toben. Hier bekommst du so gut wie jede Starterkultur, um selber deine Lebensmittel mit gesunden Mikroorganismen zu fermentieren. Also vom Kombucha bis zum Kimchi ist einfach alles dabei. Und es ist total leicht, sich selber fermentierte Lebensmittel herzustellen. Also ich mache das selber regelmäßig. Das hat schon meine Oma gemacht. Die hat immer so saure Gurken und Sauerkraut selber Milchsauer eingelegt. Das ist ganz ganz easy dieses Verfahren. Findest du auch, wenn du mal googlest, ganz viele Beschreibungen und Rezepte zu und ja, du hast einfach nur mal die Möglichkeit, Gemüse wirklich in eine bekömmliche Form zu bringen und auch deinen Speiseplan mit Lebensmitteln zu erweitern, die du vielleicht so noch nicht probiert hast oder einfach mal eine neue Geschmacksrichtung auch mit rein zu bringen. Alternativ gibt es gut verkapselte Präparate zum Schlucken zum Beispiel bei Sunday Natural oder bei Every Days. So, also, ich fasse nochmal zusammen. Zwei Schritte, um deinen Darm zu sanieren, heißt, lass schädigende Sachen weg. Schritt zwei, lerne die guten Sachen kennen und anwenden und alle Maßnahmen zur Heilung deiner Darmschleimhaut auf einen Blick gebe ich dir hier auch nochmal, also praktiziere eine darmfreundliche Ernährung, das heißt, viele Pro- und Präbiotika, viele Ballaststoffe, sodass deine gesunden und guten Darmbakterien hier bestes Futter vorfinden, dann saniere deinen Darm, indem du alles linderst, was Entzündungsprozesse verursacht, arbeite mit Zink, mit Enzymen, mit Polyphenolen. Drittens, unternimm alle Maßnahmen, die direkt deine Darmschleimhaut teilen, die die Tijunctions stärken und entzündungshemmend wirken, wie Knochenbrühe oder pflanzliche Kollagenbildner. Viertens, nutze natürliche Mittel, die die Schleimschicht deiner Darmschleimhaut kräftigen und stärken oder die Eigenschleimproduktion deiner Darmschleimhautzellen fördern, wie zum Beispiel Leinsamen, Ulmenrindentee, Aloe Vera und Eibisch. Und fünftens, nutze Probiotika zum Aufbau deiner Darmflora. Also das sind lebendig fermentierte Nahrungsmittel oder Starterkulturen, sowas wie Sauerkraut, Milchsauer eingelegte Gurken, also ganz, ganz wichtig, auch hier immer nicht erhitzen, sonst gehen die guten Bakterien gleich kaputt. Du kannst mit den Produkten der Firma Ferment arbeiten oder dir Kapseln zum Beispiel von Sunday und Everydays besorgen. Was du auch noch tun kannst, ist, dass du deine Leber unterstützt, zum Beispiel durch Mariendistel, dass du den Gallenfluss anregst, durch zum Beispiel Löwenzahn, Artischocke und Rote Beete, auch da kann ich dir ein paar gute Produkte empfehlen, Mariendistel bekommst du zum Beispiel bei Lebepur, da kann ich dir sehr gerne auch einen Rabattcode in die Shownotes packen und Präparate wie Löwenzahn und Artischocke oder Rote Beete bekommst du entweder auch als Pulver aber da würde ich dir fast raten arbeite frisch mit den Sachen Löwenzahn erkennt eigentlich jedes Kind das findest du eigentlich auch fast immer mach dir den mit in den Salat Artischocken kannst du kaufen und Rote Beete kriegst du jetzt im Winter auch und da gibt es leckere und tolle Rezepte in allen Varianten da hast und dann nämlich nicht nur eine Kapsel mit irgendwas die du schluckst sondern du hast da eben auch die Ballaststoffe und davon ernähren sich ja wieder deine gesunden Darmbakterien das heißt versuch hier auch einfach so viele von den Lebensmitteln die einfach gut sind für deinen Darm frisch zu essen ein Hinweis noch wenn du anfängst deine gesunden Darmbakterien zu vermehren indem du gezielt Kapseln nimmst mit Darmbakterien die dann in deinem Körper frei werden also Probiotika schluckst dann kann es manchmal zu so einer Art Krieg in deinem Darm kommen also das heißt der Kampf gut gegen böse findet dann erstmal in dir statt und da ringen dann sozusagen deine guten Darmbakterien mit den schlechten Darmbakterien um die Vorherrschaft und das kann dich erstmal richtig schlapp und müde machen deine Symptome können sich erstmal verstärken das legt sich aber in der Regel nach einiger Zeit wieder ganz von alleine also warte drei bis fünf Tage ab bevor du sagst hey das tut mir gar nicht gut und sorge dafür dass du in dieser Zeit auch das optimale Futter für die guten Darmbakterien in den Bauch bekommst also ganz viele Ballaststoffe und gesunde Lebensmittel in der Zeit auch mal alle Reizstoffe weg also sowas wie Gluten und Soja und Milchprodukte zum Beispiel und schau mal was passiert wenn du deinen guten Mikroben die du dann geschluckt hast auch direkt die beste Nahrung bietest und es kann sein dass es in dieser Umstellungsphase so ein bisschen ruckelt aber danach kann es sich richtig gut anfühlen eine gesunde Darmflora zu haben es kann sehr sehr sinnvoll sein mal einen Darmtest zu machen auf zum Beispiel gesunde Darmkulturen Hefen und Pilze auch ein Test auf SIBO kann dich super unterstützen also auf so eine Fehlbesiedlung des Darms sprich hier gern mal mit deinem Arzt oder deinem Heilpratiker insgesamt ist es so dass durch die Verbesserung deiner Darmgesundheit eine ganz ganz deutliche Verbesserung deiner Schilddrüsengesundheit möglich ist ich erlebe das immer wieder ganz ganz genau machen und welche Schritte du da gehen kannst welche Schritte du auch genau gehen musst um die Löcher in deinem Darm zu stopfen das erkläre ich dir ganz ganz genau im Mentoring weil das einfach ja nochmal sehr 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 viel ist wo ich da auch ganz individuell schauen muss wo stehst du gerade und das bespreche ich mit meinen Frauen immer ganz ausführlich eine Sache die und lerne wieder intuitiv zu essen gerade wenn wir so sehr hektisch unterwegs sind einen sehr stressigen Lifestyle haben uns wenig Zeit für uns selber nehmen und für unsere Verdauung nehmen dann passiert es häufig dass wir aus dem Kopf heraus essen oder dass wir schnell irgendwas zwischendurch essen um dann wieder funktionieren können um dann wieder arbeiten zu können und was häufig passiert ist dass wir komplett gegen unseren Körper arbeiten dass wir dann essen wenn wir gerade Zeit haben aber nicht dann wenn der Körper signalisiert dass er Nährstoffe braucht also beginne stattdessen ab sofort wieder im Team mit deinem Körper zu essen denn dann kann dein Darm noch viel mehr gesunden dein Körper besitzt seine ganz ganz eigene Weisheit leider ist es so dass uns diese aberzogen wird schon ganz früh oder wir verlernen vor lauter Stress komplett auf die Signale zu hören die uns der Körper die ganze Zeit sendet und dann kommt noch dazu dass es dann draußen gefühlt eine Million Ernährungsweisen gibt und jede behauptet für sich den heiligen Gral gefunden zu haben und die beste Ernährungsform zu sein so was da passiert ist dass wir uns schleichen Schritt für Schritt von uns selber entfernen und immer mehr aus dem Verstand leben und immer mehr gegen die Bedürfnisse unseres Körpers leben ein ganz ganz wichtiger Schritt zurück zu dir und zu einer gesunden Verdauung ist es auch wieder dich selber zu spüren und die Bedürfnisse deines Körpers zu spüren mach immer wieder mal ein Check in in dir tagsüber und spüre was brauchst du gerade Flüssigkeit eine Pause Nahrung isst nur dann wenn du Hunger hast und nicht wenn die Uhr sagt dass es Zeit ist oder wenn gesellschaftlich gerade gesagt wird so jetzt ist wenn du vielleicht Schichtdienst arbeitest oder so aber auch da versuch so gut wie du kannst mit den gegebenen Umständen mit deinem Körper zusammen zu arbeiten nimm dir Zeit für das Essen iss nur wenn du Hunger hast iss bis du satt bist kau langsam zerkleinere dein Essen in Ruhe dieses langsame Kauen ist so wichtig damit du auch ein gutes Gespür dafür bekommst wann du wirklich auf und es wird so eingetrichtert komm ist die drei Happen noch auf mach den Teller leer es gehört sich nicht was überzulassen sodass wir uns häufig überfüllen und ein überfüllter Magen verdaut schlecht weil wenn du da zu viel Essen drin hast dann ist auch wieder die Menge an Magensäure die da ist einfach nicht richtig für die Portion die du hast und überfüllter Magen da auch wenn es besondere Gelüste sind die auftauchen und vielleicht gerade nicht in deinen Ernährungsplan passen sättige dich einmal damit ab es ist irgendwas drin was du gerade brauchst dein Körper signalisiert dir das schon hab da mal Vertrauen auch da du hast eine viel bessere Verdauung wenn du das isst was dein Körper gerade braucht du hast einen viel besseren Blutzucker wenn du wieder mehr mit dir im Einklang isst und wenn du dann isst wenn du Hunger hast und dann auf ist zu essen wenn du satt bist viel weniger Blutzuckerschwankungen sorgen wieder zu einer Reduzierung der Stresshormone einer Reduzierung der Hungerhormone und aktivieren deinen Zyklus und sorgen wieder für mehr Schilddrüsengesundheit eigentlich ist es einfach deine Darmgesundheit zu fördern lass weg was dir schadet und iss was deinem Darm gut tut verbinde dich wieder mit dir selbst sorge dafür dass du entspannt bist lass es dir gut gehen und sorge vor allen Dingen dafür dass du cleane Lebensmittel hast dass du reine Lebensmittel hast dass du immer mehr und immer mehr zurückkehrst zu einem guten Gefühl für deinen Körper und für dich selbst ich weiß das ist leichter gesagt als getan und ja jeder von uns hat so seine Herausforderungen und vielleicht auch besondere Umstände vielleicht hast du kleine Kinder oder musst im Schichtdienst arbeiten es ist nicht immer easy und leicht dir viel Zeit für dich zu nehmen gib hier einfach dein Bestes und arbeite Schritt für Schritt denn auch jede kleine Verbesserung jeder Schritt in die richtige Richtung lohnt sich so so sehr der wirklich wirklich allergrößte Feind deiner Verdauung und überhaupt deiner Gesundheit ist Stress und du hast jetzt erfahren wie hart dein Darm bei der Verdauung arbeitet und was du alles tun kannst für deinen Körper auch hier mach dir deinen Plan fang an Schritt für Schritt umzusetzen geh kleine Schritte du wirst sehr schnell merken dass dein Körper sehr dankbar reagiert und hier sehr schnell auch erste Fortschritte zeigt und wenn du gerne mehr wissen möchtest zu dem Thema wenn du dir Unterstützung wünschst wenn du mit deinem Morbus Baselus struggelst und einfach nicht weißt wo du zuerst ansetzen sollst und was genau die Ursache bei dir ist und wie du das überhaupt alles in deinen Alltag integrieren sollst dann lade ich dich von Herzen ein bewirb dich für ein Kennenlern Gespräch bewirb dich dafür dass du ins Mentoring kannst hier zeige ich dir Schritt für Schritt wie du vorgehen kannst wie du dich aus der Erkrankung raus arbeiten kannst vier Monaten Begleitung verabschiedet und es war Wahnsinn zu sehen wo die Frauen gestanden haben jetzt nach der Zeit im Mentoring eine der Frauen hat es tatsächlich geschafft und hat ihren Morbus Basodo komplett hinter sich gelassen in den vier Monaten also es erfreut mich auch immer wieder total zu sehen was da möglich ist und alle Frauen haben rückblickend gesagt es war die beste Entscheidung überhaupt in dieses Mentoring reinzugehen sie haben jetzt endlich Klarheit was sie tun können sie wissen endlich wie sie Schritt vor Schritt vor gehen müssen die Krankheit hat komplett ihren Schrecken für sie verloren sie fühlen sich wieder handlungsfähig sie haben wieder Energie sie haben wieder Lebensfreude so viele ihrer Symptome sind einfach verschwunden von denen man ihnen gesagt hat naja das geht nie wieder weg oder du musst dein Leben lang Tabletten nehmen oder die Schilddrüse muss raus und ja all das ist nicht eingetreten sondern sie haben sich Schritt für Schritt zurück gearbeitet in ein Leben mit mehr Gesundheit mit mehr Lebensqualität und ich habe jetzt schon so viele Frauen auf ihrem Weg begleitet ich weiß einfach dass es möglich ist ja es ist Arbeit aber es ist möglich und es lohnt sich im Schnitt so sehr weil sich eben nicht nur die Schilddrüsengesundheit verbessert sondern weil sich das gesamte Leben verbessert weil sich der gesamte Lifestyle verändert weil wir wieder viel viel mehr zu uns selber zurück finden auf dieser Reise weil wir uns so gut kennenlernen und deswegen mein Angebot und meine Herzenseinladung an dich wenn du das spürst wenn das mit in Resonanz geht schenk dir diese Reise weil es eine Reise ist zurück zu dir zurück zur Lebensqualität zurück zu einem Leben wirklich wirklich im Einklang mit deinem Körper ich packe dir den Link zum Bewerbungsformular in die Shownotes und ich würde mich von Herzen freuen wenn wir uns eines Tages im Mentoring wieder sehen ja und damit sind wir am Ende dieser Podcast Episode zur Darmgesundheit und zur Schilddrüsengesundheit angekommen ich hoffe du hast ganz viele wertvolle Erkenntnisse für dich mit rausnehmen können ich würde mich freuen wenn du mir deine Fragen oder dein Feedback zu der Podcast Episode bei Instagram schreibst und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer weiteren Podcast Episode bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles nur erdenklich Gute Deine Gerti 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 Gerti